Heute zeige ich euch, wie man dieses richtig coole Inputfeld baut. Das Ganze ist ziemlich umfangreich. Wir können hier Zahlen reinschreiben, wir können diese auch direkt wieder rauslöschen. Wir haben hier eine komplette Validationslogik drin, wenn ich draufdrücke, dass es sich selbstständig löscht. Ich habe hier auch eine komplette Validationslogik eingebaut, dass man hier keine fremden Zeichen einfügen kann, sondern nur wirklich das, was man möchte. Und das wohl coolste und praktischste Feature, wenn ich hier reinklicke und etwas einfüge, werden die Zahlen direkt richtig formatiert, egal welches Feld ihr gerade selektiert habt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um sogenannte OTP oder auch Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir werden die technische Implementierung natürlich nicht bauen, das passt einfach nicht auf diesen Channel, aber wir werden dafür sorgen, dass die Eingabe dieser sechsstelligen Nummern deutlich schöner wird, wie ihr gerade schon gesehen habt in der Demo. Das Ganze basiert hauptsächlich auf JavaScript, ein bisschen CSS muss auch dabei sein. In CSS nutzen wir eine Pre-Processor-Variante namens SAS. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community Join Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch mit Gleichgesenten austauschen. Ansonsten ja, legen wir jetzt los und bauen dieses coole Input-Feld. Auf geht's! So und das geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Wie immer seht ihr hier meine Standard-Entwicklungsumgebung. Hier in der Seite findet ihr eine Chrome-Preview. Hier in der Seite findet ihr Visual Studio Code. Das Ganze ist wie gesagt auf VEAT aufgebaut, meiner Standard-Entwicklungsumgebung unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das alles angucken. Prinzipiell, wir nutzen in diesem Tutorial einmal die Index-HTML, wo noch nicht wirklich was drinsteht, außer mein Standard-Boiler-Plate. Wir nutzen später die Style.scss, wo wir unseren Style-Code reinschreiben. Auch diese ist noch komplett leer, bis auf mein Preset. Und natürlich die MainJS, wo wir eigentlich aktuell nur unsere Styles laden, entsprechend der VEAT-Konfiguration. Ansonsten legen wir jetzt los und gucken mal an, wie wir das Ganze aufbauen. So, das Erste, was wir machen, ist, wir erzeugen uns hier jetzt ein bisschen HTML-Code. Das Ganze dauert auch nicht wirklich lange, weil wir brauchen hier eigentlich nur eine Div-Box mit einer Klasse namens OTP-Input-Fields. Und hier drin brauchen wir ein Input. Dieser Input bekommt neben dem Type-Text auch noch ein weiteres Attribut, nämlich MaxLength1. Also wir wollen, dass es maximal ein Zeichen innerhalb dieses Inputs gibt. Wir brauchen jetzt natürlich mehr als nur ein Input-Feld, und zwar in unserem Fall sechs Stück. Wenn ihr beispielsweise dieses Tutorial nutzen wollt, um Pins einzugeben, die nur vier Stellen haben, oder ihr irgendeine andere Art von Eingabe braucht mit mehr oder weniger Feldern, könnt ihr das einfach über die Anzahl der Input-Felder generieren. Mehr müsst ihr hier eigentlich gar nicht tun. In dem Moment speichere ich das Ganze ab, weil mehr ist hier nicht zu tun. Wenn ich jetzt etwas eintippe, sehen wir, ich kann immer nur einen Wert hier eintragen, mehr geht nicht. Jetzt sorgen wir mal dafür, dass das Ganze deutlich netter aussieht, als das, was es gerade tut. So, um unsere ganze UI etwas netter aussehen zu lassen, nutzen wir natürlich jetzt unsere definierte Klasse OTP-Input-Fields und sagen hier Display-Flex und sagen hier Flex-Direction in unserem Fall-Row. Weil wir wollen dafür sorgen, dass alle sechs Input-Felder in einer Zeile sind, was sie jetzt tun. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren uns hier drin direkt die Möglichkeit, unsere Input-Felder anzusprechen und machen jetzt hier eine festgelegte Weite von 4.9 RAM. Das Ganze speichere ich ab und wir sehen jetzt alle unsere sechs Input-Felder. Außerdem möchte ich gerne einen Innenabstand, ein sogenanntes Padding definieren mit 1.5 RAM und eine Schriftgröße, in meinem Fall von 3 RAM. Diese Zahlen könnt ihr natürlich frei variieren, so dass es in eure UI reinpasst. In meinem Fall finde ich es so eigentlich ganz nett. Außerdem möchte ich gerne die Default-Border unseres Input-Feldes negieren. Also sage ich hier Border None. In dem Moment verschwindet die Border. Ich möchte aber auch hier einen Abstand, also einen Außenabstand namens Margin vergeben. In unserem Fall immer nach rechts von einem RAM. Das Ganze speichere ich jetzt ab und habe hier jetzt wunderbar Abstand definiert. Allerdings, wenn ich das so lassen würde, würde der Abstand immer nach außen gehen. Unser letztes Wert, dann müssen wir den Abstand quasi wieder entziehen. Deswegen sage ich hier Last Child und sage hier Margin einfach standardmäßig 0. Jetzt ist es wieder perfekt zentriert und wir können hier oben weitermachen. Das nächste, was wir nämlich machen, wir definieren eine Hintergrundfarbe, in unserem Fall RGBA. Das mache ich, dass ich hier sagen kann CI White und definiere uns hier eine maximale Opacity von 0.1. Damit werden die Felder so ein bisschen transparent. Außerdem wollen wir gerne Border Radius benutzen mit 0.5 RAM, damit das runde Ecken bekommt und natürlich eine Schriftfarbe, in unserem Fall CI White, damit wir quasi unsere Schrift auch wieder sehen können. Außerdem, nur für die Sicherheit geben wir noch Text Align ein, also die Textausrichtung namens Center und sorgen dafür, dass wir später eine Animation bekommen mit Transition, in diesem Fall All und dann 150 Millisekunden Ease In und Out. Das Ganze speichern wir jetzt so ab und wenn wir jetzt hier etwas eintippen, sieht das schon gar nicht schlecht aus. Allerdings können wir hier noch ein paar Sonderwerte definieren. Und zwar einmal müssen wir hier sorgen für Fokus. Das machen wir einfach, indem wir hier sagen, die Farbe bitte einmal. Hier sagen wir CI Blue. Und außerdem definieren wir hier die Outline mit 0.3 RAM, Solid und auch hier CI Blue. Ihr könnt natürlich andere Farben wählen, wenn ihr möchtet. Wenn ich jetzt etwas fokussiere, sehe ich auch wirklich, wo ich mit der Maus drin bin und das Ganze funktioniert daher schon mal ziemlich nice. Ihr könntet auch hier irgendwelche Hover-Effekte oder so einbauen oder Valid und Invalid States, aber für uns passt das soweit. Das Einzige, was noch fehlt, ist, wir wollen gerne, dass nach dem dritten Feld so ein bisschen mehr Platz ist. Hierfür nutzen wir auch einen CSS-Selector, machen auch wieder und Doppelpunkt und sagen hier NTH minus Child und definieren hier, okay, wir wollen das dritte ansprechen. Und hier sagen wir einfach Margin nach rechts, machen wir einfach mal 3 RAM. Dann haben wir hier eine Lücke drin. Können wir natürlich auch kleiner machen, wenn wir das Ganze wollen. Ihr könnt das frei variieren. Wenn ihr wisst, euer OTP-Client, der diese Passwörter generiert, macht ihr gar kein Leerzeichen, dann solltet ihr das hier auch nicht drin haben. Aber wenn ihr sowas drin habt, dann solltet ihr das dort auch anzeigen. Prinzipiell war es das auch schon. Mehr müssen wir in CSS gar nicht machen. Ihr seht, sehr überschaubar. Und jetzt geht es eigentlich um den spannenden Part. So, los geht es mit dem eigentlichen spannenden Part und zwar JavaScript. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise ich habe eigentlich nur meine Konsole geöffnet. Und das Erste, was wir machen, ist, wir definieren uns unsere Input-Felder, weil damit werden wir später arbeiten. Das machen wir über die Definierung einer Variablen namens Input und sagen jetzt über Document und dann hier QuerySelectAll möchte ich gerne unsere Input-Felder selektieren. Das machen wir über eine CSS-Klasse, nämlich OTP-Fields. Nee, Input-Fields und hier möchte ich gerne nur unsere Inputs ansprechen. Und wenn ich das Ganze jetzt einfach mal logge mit Inputs, dann sehen wir, unsere sechs Inputs sind hier korrekt aufgeführt, funktioniert also wirklich super. Außerdem würde ich jetzt gerne, wie in allen Videos, beziehungsweise wie in mega vielen Videos, einmal über unsere Elemente drüber gehen mit einer ForEach. Und sage jedes Mal, ich möchte ein Input und ein Index. Wir werden jetzt ein bisschen was machen, was vielleicht nicht ganz so obvious ist. Und zwar sorge ich jetzt hierfür mit Input und dann Dataset und hier Index, dass wir unser Index aus unserem Array quasi immer an unser HTML-Element dranbeinen. So können wir später in Funktionen darauf zugreifen, ohne dass wir diese Variable durchreichen müssen. Und das ist sehr praktisch, weil wir so quasi dann entscheiden können, welches Input-Feld wir beispielsweise befüllen möchten, wenn wir das Ganze später mit Paste einbauen wollen. Prinzipiell brauchen wir jetzt hier mehrere Event-Listener. Den ersten oder das erste Event, was wir abfangen wollen, ist quasi zu sagen Add Event-Listener. Und in meinem Fall möchte ich hier jetzt gerne bei einem Fokus das Feld einmal clearen. Hierfür rufen wir eine Funktion auf, das nennen wir einfach Clear. Die existiert natürlich noch nicht, das sollten wir jetzt noch ändern. Das heißt, wir definieren uns eine Function, die erwartet von uns unser Event. Und hier sagen wir einfach Event.Target.Value gleich Zero. Also wir löschen quasi unser Event raus und wenn ich jetzt hier etwas reinschreibe und hier reinklicke, dann löscht es das automatisch wieder weg. Aber wir wollen, dass das auch passiert, wenn ich jetzt beispielsweise tippe, dass ich nicht manuell das hier rauslöschen muss, sondern dass ich in dem Moment, wenn ich quasi Key Down drücke, löscht es den Wert schon raus. Dafür kopieren wir uns jetzt diese Zeile, fügen das Ganze hier ein und sagen hier statt Fokus einfach Key Down. In dem Moment speichere ich das Ganze ab, wenn ich jetzt hier reinklicke und egal wie oft ich klicke, der löscht quasi dann selbstständig diesen Wert raus. Und so kann ich hier wunderbar schnell meine Werte eintippen und habe die Löschinteraktion quasi entfernt. Und damit haben wir auch schon die erste Funktionalität eingebaut und das ist schon mal super. So, die nächste Funktion, die wir gerne einbauen würden, ist unsere Paste-Funktion. Das Ganze ist auch nicht wirklich schwer. Wir kopieren uns hier einfach unser Event und sagen jetzt, hey, wir würden gerne das Paste-Event benutzen. Außerdem würden wir gerne eine Funktion aufrufen, nämlich OnPaste. Diese Funktion müssen wir jetzt erstmal definieren. Auch diese erwartet wieder unser Event und wir wollen als erstes mal hier unsere Daten, die wir überhaupt reinpasten wollen, erfassen. Das machen wir über unser Event und hier greifen wir jetzt einfach auf das Clipboard data.getData und das Ganze würden wir gerne als Text bekommen. Das als Text ist ein sehr wichtiger Punkt, darauf gehe ich gleich noch ein bisschen näher ein. Wenn wir das Ganze jetzt hier einfach mal mit console.log data ausgeben lassen und ich mir hier beispielsweise sechs Zahlen einfach mal rauskopiere und hier reinkopiere, sehen wir, unsere sechs Werte sind hier drin. Wenn ich hier jetzt beispielsweise unsere sechs Werte mit einem Leerzeichen reinkopiere und das Ganze mache, sehen wir, unser Leerzeichen ist aber auch noch drin. Das wollen wir nicht. Das soll ja quasi direkt rausgefiltert werden. Das machen wir jetzt, indem wir hier sagen, wir definieren uns eine neue Variable, die nennen wir Value und hier sagen wir einfach, wir wollen auf Data zugreifen und hier eine Funktion nutzen, die nennt sich Replace. Hierfür nutzen wir jetzt Regex, um alle Leerzeichen zu identifizieren und ersetzen diese einfach mit nichts. Außerdem wollen wir mit Split auch ebenfalls quasi einem leeren String quasi das Ganze zerlegen und wir würden jetzt gerne hier unten Value loggen und nicht mehr Data. Wenn ich jetzt hier denselben String eingebe mit einem Leerzeichen drin, dann sehen wir, wir haben jetzt hier sechs Werte. Aber dadurch, dass wir hier oben Text verwendet haben, sehen wir, wir haben hier keine Zahlen, sondern wir haben hier direkt quasi Zeichen in jeder Form. Und das sollten wir jetzt erstmal auch einfach so lassen. Wir könnten das jetzt umformatieren und beispielsweise hier direkt filtern, dass wir hier Zahlen bekommen. Aber ich würde vielmehr einfach einen Validation-Check einbauen. Und das Ganze können wir hier unten nämlich einfach machen, indem wir sagen If und wir haben dann eine Condition, das heißt If Else. Wenn das Ganze nicht korrekt ist, dann wollen wir gerne nichts machen. Wenn das Ganze aber korrekt ist, dann würden wir gerne etwas ausgeben. In unserem Fall ein Console.log und hier alles okay. Hier oben wollen wir jetzt gerne kontrollieren, ist irgendeiner dieser Werte hier, einer dieser sechs Werte, keine Ziffer. Also haben wir hier einen Wert, der nicht 0 bis 9 entspricht, sondern so etwas wie ein Ausrufezeichen, einem A oder einem anderen Buchstaben oder so. Dann soll das Ganze abgebrochen werden. Das Ganze können wir jetzt machen, indem wir sagen Value.sum, also wenn einige Werte aus unserem Array etwas entsprechen, dann mach etwas. Deswegen müssen wir das hier negieren mit so einem kleinen Ausrufezeichen davor und sagen hier, wenn das unsere Number sind, dann würden wir gerne eine Funktion aufrufen. Die nennen wir CheckNumber. Hier übergebe ich einfach nur unsere Number als Parameter und sage jetzt hier so ein Ausrufezeichen, weil auch hier diese Funktion gibt uns quasi True zurück, wenn es eine Nummer ist. Und wir würden gerne jetzt Sum quasi falsch returnen, wenn es keine Nummer ist. Und deswegen müssen wir das Ganze negieren. Diesen Wert oder diese Funktion müssen wir natürlich jetzt erstmal noch definieren. Und hier sage ich jetzt OK, CheckNumber, wenn wir eine Nummer haben, return. Und hier definieren wir uns jetzt noch ein bisschen Regex. Und zwar sagen wir zwei Slash und dann so eckige Klammern, 1 bis 9. 0 bis 9. Und hier definieren wir uns jetzt noch ein G dahinter und sagen Punkt Test. Und hier übergeben wir jetzt einfach unsere Nummer. Wenn wir das Ganze so abspeichern und ich jetzt beispielsweise hier unsere Zahlen 1, 2, 3, 1, 2, 3 habe, mir das Ganze hier reinkopiere, kriegen wir alles OK zurück. Wenn ich jetzt hier beispielsweise das mit einem A ersetze und mir das wieder rauskopiere und hier einfüge, dann passiert nichts, weil quasi unser Fallback greift. Dasselbe können wir auch machen, wenn wir andere Konfigurationen haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise so etwas habe wie dieses hier, hier haben wir nochmal eine 0 mit rein. So, das Ganze kopiere ich mir jetzt raus, speichere das ab, füge das hier rein, alles OK. Wunderbar funktioniert. Und warum habe ich das jetzt quasi nicht direkt umformatiert als Nummer direkt hier oben? Prinzipiell kann man das so relativ einfach anpassen. Also ihr könntet diese Funktion einfach erweitern über andere Regex-Befehle. Wenn ihr zum Beispiel dieses Input-Feld nutzen wollt, um wirkliche Pins abzufragen, wo ihr vielleicht Ausrufezeichen oder so etwas wie Buchstaben natürlich mit drin haben möchtet. Und in dem Moment habt ihr quasi die Möglichkeit, das zu tun. Wenn wir das Ganze direkt umformatieren als Nummer, dann wäre es relativ blöd. Also dann könnt ihr da wirklich nur noch Nummern reinkopieren. Und so hat man theoretisch die Möglichkeit, jede Art von Eingabe zuzulassen, sofern euer technischer Hintergrund das verlangt oder euer Use Case das quasi verlangt. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, müssen wir noch dafür sorgen, dass quasi unsere Werte auch wirklich eingetragen werden können. Als erstes müssen wir hier aber auch einen potenziellen Fehler ausmerzen. Und zwar sagen wir, okay, wie viele Input-Zeichen haben wir eigentlich, die wir jetzt gerade reinschreiben wollen? Das machen wir über mit Value.Lengths. Das heißt, wir haben zum Beispiel sechs Zeichen. Dann wäre diese Variable jetzt sechs. Und das wollen wir gerne vergleichen mit der maximalen Anzahl unserer Input-Felder. Das heißt, wenn unsere maximale Länge, die wir einfügen wollen, unserer maximalen Input-Felder-Länge entspricht, dann soll er das tun. Sonst soll er das gar nicht erst versuchen. Das ist halt, wenn ihr versucht, fünf Zeichen in drei Input-Felder reinzufügen oder acht Zeichen in sechs Input-Felder reinzufügen, das wird halt nicht funktionieren. Und deswegen soll er das dann auch nicht machen, sondern nur, wenn das genau der Länge entspricht. In dem Moment, wenn ich das mache, sage ich hier jetzt einfach Inputs und hier ForEach. Und auch hier definiere ich mir jetzt Input, Komma und dann hier Index. Das wollen wir uns quasi einmal definieren. Und das Nächste, was wir machen, ist, hier gehen wir jetzt darauf ein und sagen Input.Value gleich. Und dann hier Value. Also wir greifen jetzt hier oben auf unser Value zu und sagen, hier würden wir jetzt gerne unseren Index als Wert benutzen. Also wir wollen quasi das erste Input-Feld für das erste Value-Feld, das zweite Input-Feld für das zweite Value-Feld und so weiter. Wenn wir das jetzt abspeichern und ich mich hier mal ein Beispiel-Array definiere und das Ganze auch wieder rüber scrolle, dass man wieder alles sieht und ich das jetzt einfüge, dann sehen wir, unsere sechs Werte werden eingetragen. Und das Schöne ist, ich kann das selbst überall machen. Also wenn ich das jetzt mal aktualisiere und ich bin im dritten Feld und drücke das rein, dann werden die Werte trotzdem korrekt gesetzt, weil wir quasi mit dem Index ein Mapping machen für die maximale Länge der Eingabefelder mit der maximale Länge unserer Copy-Paste-Values quasi, egal wo ich bin. Also ich kann das wirklich auch im letzten Feld, das Ausgewählt haben, einfügen und es ist trotzdem korrekt in der richtigen Reihenfolge eingefügt. Und das finde ich eine ziemlich gute Umsetzung und für den Nutzer relativ einfach. So, die letzte Interaktion, die wir abfangen wollen, ist natürlich unser Key-Up. Das heißt, wir sagen, wir haben ein Event, in unserem Fall Key-Up und sagen hier einfach OK, on Key-Up. Und in dem Moment müssen wir uns diese Funktion natürlich noch definieren. Das machen wir hier unten, indem wir sagen Function on Key-Up ist ein Event und dieses Event braucht, wir müssen erstmal Funktion richtig schreiben, sonst wird das natürlich alles nichts hier, braucht einige Variable, nämlich einmal unser Input-Feld. Das ist einfach Event.Target, außerdem unser Value, das ist Input.Value und was wir auch brauchen, unser Field.Index, das ist quasi einfach eine Number, die besteht aus Input.Dataset.Index. Und Dataset.Index kommt euch bekannt vor, weil das haben wir hier oben definiert und so können wir jetzt hier unten wissen, welches Element wir hier gerade eigentlich ansprechen in unserem Array. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir quasi entscheiden können, ob wir zum nächsten Element oder zum vorherigen Element springen können. Und das Erste, was wir hier gerne machen würden, ist, wenn ich hier etwas reinschreibe, dann würde ich das gerne mit Backspace auch rückwirkend löschen können. Und das machen wir hier einfach, if Event.Key, also wenn das Event, was wir gerade aufgerufen haben, mit dem Key Backspace, also mit der Lösch-Taste aufgerufen wurde. Und, was ganz wichtig ist, wenn unser Field.Index größer 0 ist, also wenn es nicht das erste Feld ist, dann würden wir gerne etwas machen. Und zwar sagen wir dann, von unserem Input würden wir gerne Previous Element Sibling ansprechen, also das vorherige Sibling Element, und würden da gerne den Fokus drauflegen. In dem Moment, wenn ich jetzt hier beispielsweise ein paar Werte reingeschrieben habe und ich Backspace drücke, seht ihr, wir springen automatisch zurück. Wir springen aber noch nicht zum nächsten Feld, wenn ich etwas eingegeben habe. Das müssen wir noch machen. Und das machen wir jetzt hier mit einer Condition. Aber als erstes checken wir innerhalb einer weiteren Condition, ob das Feld, was wir eigentlich reinschreiben wollen, ob das wirklich eine Nummer ist. Und in dem Moment können wir jetzt hier einfach reingehen. Und zwar sagen wir Check Number und testen hier unser Value. Wenn das Ganze korrekt ist, dann machen wir jetzt gleich unseren Sprung zum nächsten Element. Wenn das Ganze nicht korrekt ist, dann würde ich das gerne löschen. Und hier übergebe ich das einfach an unsere Clear-Funktion. In dem Moment, wenn ich das jetzt speichere und ich hier was reinschreibe, eine Zahl bleibt die stehen. Wenn ich hier ein Buchstabe reinschreibe, wird das gelöscht. Genauso wie irgendwelche Sonderzeichen. Quasi alles, was nicht in unserer Check Number-Funktion definiert wurde. Hier drin sagen wir jetzt, okay, wenn unser Value.length gesetzt ist, also größer 0 ist, und wir irgendwas in unser Inputfeld reingeschrieben haben. Und was auch ganz wichtig ist, wenn unser Field Index, also die Position unseres Inputfeldes, was wir gerade benutzen, größer, also kleiner ist als die maximale Länge unserer Inputfelder, dann würden wir gerne nicht zum Previous Element Zippling springen, sondern zum Next Element Zippling. Das speichere ich mir jetzt mal so ab. Und jetzt kann ich hier reinschreiben, wunderbar, und ich kann die Sachen wieder rauslöschen. Ich kann es reinschreiben, rauslöschen, reinschreiben, rauslöschen. Funktioniert schon mal super. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, wenn ich ganz am Ende bin und hier wirklich sechs Zeichen reingeschrieben habe, dann sollte ich das automatisch quasi abschicken. Und das Ganze können wir auch über eine Condition regeln, und zwar sagen wir hier auch wieder if. Und hier oben definieren wir uns, wenn Input.value ungleich nichts ist, also wenn irgendwas drin steht, und wenn Field Index gleich Inputs Punkt Length minus 1 ist, dann würden wir gerne ein Submit Event triggern. Also einfach nur ein Submit eigentlich. Und das Ganze wollen wir auch nicht nur hier triggern, sondern das wollen wir auch hier oben triggern. Diese Funktion müssen wir natürlich jetzt noch bauen, das machen wir hier unten. Function Submit. Und hier drin sagen wir jetzt einfach Console Log Submit. Das speichern wir jetzt ab, schreiben hier was rein, Submit wird getriggert. Das andere, was auch funktioniert, wenn wir uns beispielsweise sechs Zeichen hier rauskopieren, hier einfügen, senden wir auch ein Submit Event. Unsere Submit Funktion braucht natürlich jetzt noch ein paar mehr Fähigkeiten. Und zwar definieren wir uns hier jetzt OTP, einfach als leeren String. Und hier sagen wir jetzt Inputs, also unsere Liste von Inputs, und gehen noch einmal mit forEach durch alles durch und sagen hier einmal unser Input und unser Index, würden wir gerne durchgehen. Und hier sagen wir OTP plus gleich, also wir wollen quasi immer unser aktuelles Input.Value-Wert an unser OTP dranhängen. Und wir wollen auch jedes Mal den Disabled State, also wir sagen immer Disabled gleich True bei jedem Inputfeld. Und hier unten geben wir jetzt einfach mit Console.Log OTP aus. Und was wir gar nicht brauchen, ist hier oben den Index, den können wir eigentlich direkt rauslöschen. So, wenn wir jetzt hier irgendwas reinschreiben, dann sehen wir, das funktioniert wunderbar. Was jetzt noch fehlt, unser Disabled State in CSS. Dafür gehen wir einmal in unsere CSS-Datei und sagen hier einfach OnDisabled Opacity 0.3. Das Ganze speichern wir jetzt ab, aktualisieren. Ich kann jetzt hier was reinschreiben, es wird disabled. Ich kann aber genauso gut auch einfach zum Beispiel einen Wert kopieren. Zack, wird eingefügt. Ihr seht, wird auch komplett hier unten gelockt. In dem Moment funktioniert das alles und man kann dieses Inputfeld überall verwenden. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, ganz oben findet ihr auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate Links, wo ihr diese Shell supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß. Bis dann, viel Spaß. Bis dann, viel Spaß. Bis dann, viel Spaß.